Oh ja, Kubi hat's gelöscht. Selbstsicher, weil Feuer gelöscht hat. Seht ihr das? So macht der Kubi das. Mini-Hero! Ist da was im Kühlschrank drin? Ne, nicht mal was im Kühlschrank habt ihr. Vor allem im Retro-Eisschrank. Ja, wisst ihr was? Das ist eine tolle... Warte mal. Mutiger Anmachspruch. Direkt vor ihrem Ehemann. Oder auch nicht. Selbstsichern. Komm her! Sexfeuerwehrmann. Hey, los! Oh, komm her. Sie ist angespannt. Oh! Hat sie mitgemacht oder was? Oh, komm her hier. Oh, da ist das Herzchen gekommen. Muskel zeigen. Zeig mal die Muskeln hier. Oh, da ist das. Bella ist kokett. Oh, siehst du diese Muskeln? Oh ja, Baby. Ja, wir machen aber noch mal ein bisschen die Romantik oder was hier. Knuddeln, warte ich mal. Hm, ja, knuddeli. Hm, Bella, was ist denn hier los? Ist hier deine Komfortzone oder was hier bei dir zu Hause? Ja, wir haben ja einen Kusshauchen. Hauen wir schon so einen kleinen Kuss. Hm, oh, jetzt geht's hier aber los. Oh, da machen wir die. Äh, aufreißend posieren. Ausgezeichnet. Oh, 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 ersten Kuss erleben. Oh, das machen wir direkt. Okay. Das ist ein großer Moment hier. Posieren. Oh, ja, ja, das mag sie. Oh, da kam das Küsschen. Kubi und Bella grüße bekommen beide ihren allerersten Kuss. Oh! Oh, da ist der Kuss. Da ist der Kuss. Und der Ehemann. Er kommt. Nichts passiert. Nichts passiert. Doch, er geht nach oben. Okay. Geh nach oben. Okay, Bella. Bella, wir küssen deine Hände. Bella. Jetzt geht's hier los. Oh, plus, plus. Oh, Techtel, Mächte. Oh, Bella, wollen wir nicht mal irgendwo anders hingehen? Wollen wir irgendwo hin? Oh, jetzt gehen wir hoch. Bella und Kubi gehen nach oben. Spann die einfach vor ihrem Ehemann aus. Oh, jetzt geht's nach oben hier. Jetzt geht's nach oben. Der Ehemann sitzt da und entliest im Schlaftzimmer. Die ganze Familie holt die Kerzen raus. Er lacht sogar. Während Kubi die Eide am Klarmachen ist. Oh, der wird gespielt. Der Ehemann guckt einfach weg. Er guckt weg. Er kriegt das gar nicht mit. Draußen wird sich noch umarmt, während im Schlafzimmer die Party gefeiert wird. Ja, der Ehemann schaut zu beim Akt. Wer weiß, wie die Gruselstrahl sind. Und Kubi pennt erstmal. Kubi pennt erstmal in dem Bett. Kubi pennt erstmal. Und die Tochter. What the fuck. Und hier, jetzt wird sich hier mit dem Ehemann locker unterhalten. Und dem Kind dann. Oh, Junge, 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 Junge. Bella, sehr gut. Zum Erweitern klicken, was ist denn los? Oh, da ist alles glücklich. Kubi pennt da erstmal. Während die alle am Labern sind. Die ganze Familie hat sich im Schlafzimmer offenbar versammelt, um das zu zelebrieren, diesen Ehebruch. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Die ganze Familie chillt da, während Kubi da ratzt. Nach dem Akt. Ganz genau, Ruki. So sieht's aus hier. Oh, Mann, oh, Mann. Der Wahnsinn. Okay, pass mal auf. Ich geh jetzt noch auf euer Logos einweilen. Und dann, äh, ich fahr hin nach Hause. Was ist denn hier los, ey? Ich lach Tränen, ja. Yo, Alter, Schwede, was ist hier los? Was ist hier nur falsch gelaufen? Und er pennt, er pennt in dem anderen Bett jetzt. Ach, die pennt in dem getrennten Bett. Na, ha. So läuft das offensichtlich. Mortimer, ja. Sie ist mit Mortimer eigentlich verheiratet. Sehr kokett sogar. Mh, jemanden küssen. Okay, pass auf. Bella, nachdem du fertig auf dem Logos bist. Pass mal auf. Leidenschaftlich küssen. Komm her. Hier, Mutter redet gerade mit dem Sohn. Und jetzt hier. Mh, mitten auf dem Flur. Junge, 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 Junge. Und der Junge guckt einfach und geht weg. Das ist eigentlich Papa. Papa stört das offensichtlich aber nicht. Junge, 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 Junge. Akt 1 abgeschlossen. Ganz genau, Dudu. So, ich fall nach Hause. So. Alles gut, alles gut. Ähm. Achso, kann ich, muss ich das hier einfach, einfach hier drücken oder was? Kann ich nicht. Reißen. So, ich will nach Hause jetzt. Vier knallhart durchgenommen. So realistisch. Ja. Kannst du mal sehen. Zweideutiges Gespräch. Oh. Verliebt sein. Das ist einfach wunderschön. Sehr selbstsicher. Bam. Weil Feuer gelöscht. Weil Feuer gelöscht. Herr rivier. Untertitelung.